Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich bei so einem Druckbleistift hier die Minen richtig wechseln und somit auch nachfüllen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es auch hier bei den Druckbleistiften verschiedenste Modelle, doch normalerweise funktionieren alle relativ ähnlich. Zuerst einmal brauchen wir solche Nachfüllminen hier in der richtigen Dicke bzw. Stärke und diese steht normalerweise auch hier am Stift mit drauf. Auch bei mir ist jetzt hier zum Beispiel 0,5 mm angegeben und die gängigsten Stärken sind einfach 0,35 mm, 0,5 mm oder 0,7 mm. Jetzt können wir uns so eine Mine einmal rauslassen, weil mir muss ich einfach hier hinten drauf drücken, dann kommt sie vorne auch schon raus. Es gibt natürlich auch wieder verschiedene Modelle und nun ist ganz wichtig, dass wir diese Mine nicht, wie ich es auch schon öfters gesehen habe, von hier vorne einführen möchten, sondern wir müssen uns einmal die Rückseite von diesem Stift hier anschauen. Hier haben wir eigentlich bei jedem Modell einen Radiergummi hinten drin, entweder liegt es so wie bei mir hier frei oder es ist noch eine Kappe hier drauf, dann müssen wir die Kappe zuerst runternehmen, bei mir ist das jetzt nicht der Fall und dann können wir nämlich den Radiergummi hier auch noch entfernen. Diesen ziehe ich einfach nach hinten runter und schon kommt hier nämlich unser kleines Fach für die Minen zum Vorschein. Ich kann dir noch den Tipp geben, dass du gleich mehrere Minen auf einmal einfüllst, bei mir sind es jetzt zum Beispiel vier Stück. Wichtig hierbei ist nur, dass es nicht zu viele sind, da sonst sich die Minen hier hinten verklemmen und das auch meistens der häufigste Grund ist, warum der Stift dann nicht mehr richtig funktioniert. Danach die Kappe bzw. den Radiergummi hier hinten wieder aufsetzen und nun muss ich schauen, dass meine Spitze hier etwas nach unten zeigt und ich kann einfach ein paar Mal drücken. Normalerweise, so wie bei mir hier, sollte die Mine schon von alleine rauskommen. Es kann aber auch sein, dass die Mine hier innen drin nicht richtig in der Führung liegt. Dann am besten einfach mal ein bisschen schütteln, hier wieder draufdrücken, wieder hin und her schütteln und irgendwann sollte sie hier vorne auf jeden Fall wieder rauskommen. Und somit haben wir auch schon die Mine bei unserem Druckbleistift jetzt richtig gewechselt bzw. nachgefüllt. Wenn du dir für zu Hause jetzt solche Nachfüllminen hier, egal in welcher Stärke oder vielleicht gleich so einen neuen Minenbleistift zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenstellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hier überfahren. Wenn du dir also eins von diesen Tersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.